Hallo und herzlich willkommen zu den Videoanleitungen von PattiVersand. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie richtig Rüschen herstellen. Dazu benötigen Sie folgende Materialien. Backmatte, Puderzucker, Modellierfondant weiß, Aprikot und Erdbeerrot, Blütenpaste und Rollfondant 1 zu 1, Ausrollholz, Präge- und Schneiderolle, Zahnstocher, Balltool, Schaumstoffpad, Wasser, Pinsel. Beginnen Sie mit dem weißen Modellierfondant. Kneten Sie den Fondant durch und rollen Sie ihn sehr dünn aus. Schneiden Sie mit dem Präge- und Schneideroller mehrere Streifen aus. Nun dünnen Sie eine Seite des Streifens mit dem Balltool auf dem Schaumstoffpad aus, in dem sich das Werkzeug halb auf dem Streifen, halb auf dem Pad hin und her bewegt. Sollte die Masse kleben, geben Sie etwas Puderzucker auf das Balltool. Bestreichen Sie die Torte dünn mit Wasser. Halten Sie mit dem linken Daumen den Streifen fest und schieben Sie mit dem rechten Daumen und dem Zeigefinger den Rest des Streifens nach, sodass sich Rüschen bilden. Den nächsten Streifen am Anfang etwas umknicken und knapp über dem ersten Streifen ansetzen. Achten Sie darauf, dass Sie die Rüschen gleichmäßig auf einer Ebene anbringen. Sobald Sie die erste Reihe rund um die Torte angebracht haben, mischen Sie den Rest des Modellierfondants mit einem Teil Aprikot. Wieder Streifen schneiden, ausdünnen und die Rüschen knapp unter der ersten Reihe rund um die Torte anbringen. Ausdünnen und die Torte anbringen Sie natürlich auch mit einem Baum Mischen Sie für die nächste Nuance noch einen Teil Aprikot dazu und verfahren Sie wie oben beschrieben. Wenn Sie den gewünschten Aprikot-Farbton erreicht haben, mischen Sie für die nächste Nuance immer wieder einen Teil Rot dazu. Verfahren Sie so immer weiter. Die unterste Reihe sollte mit dem Farbton Rot abschließen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und erschaffen Sie zauberhafte Torten. Unsere Beispiel-Torte wollen wir zusätzlich mit essbaren Rosen versehen. Wie genau essbare Rosen modelliert werden, erklären wir in unserem nächsten Video. Partyversand wünscht viel Spaß beim Ausprobieren.